Hey, herzlich willkommen zurück bei FAKFY3. Jetzt wollen wir das hier mal machen, wa? Natürlich. Alter Schwede. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Prächtig. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Oh. Warte. So, nochmal eins. Und nochmal zwei. Nachladen. Was ist das hier? Was ist das? Ich weiß es nicht. Noch mehr von denen. Was? Der hat sich. Oh ja. Scheiße. Hab dich, du Pisser. Oh, 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 oh. Der ist super kalt. Bist du wohl ruhig. Meine Fresse. Oh, da kriege ich Zeitbonus. Das ist ja super. Mein Gott, mein Gott. Vorsicht. Gar nichts machst du. Gar nichts machst du. So. Ich hab doch. Ich hab doch. Da macht das. Weg. Vorsicht. Oh, oh, oh. Vorsichtig, Mann. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, 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 oh. So. Na. Okay, okay, okay. Aha, aha. 250. Aha, aha, aha. Das kriegen wir aber besser hin. Hoffe ich. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Bis durch. Schön die Schnauze halten. So. Das war gut, das war gut. Warte. Na, was machst du denn da? Beim Pinkeln erstochen, das ist doch was. Ich glaube, ich glaube, die Nutter hat mir den Trepper verpasst. Ja, verdammte Scheiße. So. Vorsicht. Schnauze. Oh ja. Oh. Schnauze. Oh ja. Oh. Oh. Schnauze. Tsch. 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 Oh 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 oh. Da oben. Tsch t. Wo wollen die denn hin? Au, au. Wenigstens die Punkte noch mit einem Entwatte. Okay. 125. Ja gut, das lassen wir jetzt erstmal. Würde ich sagen. War auf jeden Fall nicht so schlecht. Glaube ich. Ich glaube, das mache ich später nochmal. Aber jetzt müssen wir erstmal... Wo müssen wir hin? Was machen wir? Äh. So, erstmal alles machen, was es hier so zu machen gibt. Würde ich sagen. Was? Ähm, Munition. Auf... Auffüllen. Danke. Ähm, vergleichen. Mit der hier. Wo kann ich mir das jetzt angucken? Hm. Okay. So wie es aussieht. Nirgends. Die will ich haben. Gib mir die. Der Schalldämpfer. Ja. Ist gut. Gib her. Ach, jetzt habe ich aber noch Kino. Egal. Dahin kommst du. 400 und 300. Weil 700. Ja, warte mal. Ich kann ja auch verkaufen wahrscheinlich. Schnell verkaufen. Brauche ich Hundefell? Ne? Hundefell. Komm hier, weg damit. Ja. Zwei Reichen. Von jedem. Würde ich sagen. Ja. Zwei Hundefell erreichen. Davon habe ich zwei. Schweinzell, Tiger, Bären, Büffel. Okay. Okay. Ach, warte mal. Habe ich jetzt eigentlich Munition? Für das? Ja, habe ich. So wie es aussieht. Habe ich das? Raus hier. Wo wollte ich hin? Was wollte ich machen? Da wollte ich hin. Und ich muss nach Süden. Da muss direkt ein Auto stehen. Das ist super. Okay. Alles klar. Muss ich dafür auf die andere Seite? Oder war das hier? Nein, das war hier. Okay. Okay. Ich muss hier erst mal annehmen. Genau. Mit einem Messer. War ja klar. 600 Meter. Ihr tickt doch nicht ganz frisch. Zurück und immer schön auf der Straße bleiben. Auf der Straße bleiben, habe ich gesagt. Ja, guck dir das an. Vorsicht. Wollen wir mal hier lang knallen. Gibt es hier auch Nitro. Nitro wäre jetzt natürlich noch was. Aber, was es nicht ist, ist nicht. Guck mal, gleich sind wir da. So. Dann werden wir mal stehen und dann schleichen wir uns mal an. Oh, ein blöder Hund. Äh, da. Tja, das kann ich dir nicht sagen. Was macht der denn da? Ich habe keine Ahnung. Aber. Tut mir leid. Das tut mir leid. Ach, warte. Tut mir leid. Vorsicht. Ah. Okay. Einmal nachladen, bitte. Warte. Takedown. Sack. Kriegst du noch einen. So. Smartphone. Noch ein wenig plündern. Äh. Wo ist die Kiste? Ja. Oh ja. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Warte. Warte. Die nehmen wir auch mit. Wo geht's jetzt hin? Oh, Vorsicht. Komm ich am besten von hier oben hängen, glaube ich. Wo bin ich denn gerade? Ich bin hier. Ja. Wo müssen wir es mal auf den Weg machen. Zur Medusa. Munition. Auffüllen. Danke. Oh, guck mal. Guck mal. Guck mal. Nehmen wir denn da? Nehmen wir da Schalldämpfer? Oder lieber das Rot-Punkt-Visier? Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ne, mir fällt gerade was ein. Ich muss ja erst mal die andere Knarre ändern. Ne, welche hatte ich denn jetzt noch dabei? Ähm. Ich weiß es nicht. Die hab ich. Die hab ich. Ja. Hier. Nehme ich das. Hm, hm, hm. Off-notieren. Da nehm ich das. Ja. Jetzt hab ich immer noch ein bisschen Kohle. Ja, ich glaub, damit komm ich besser zurecht. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich brauch ein Auto. Da ist halt wieder, ja, das ist wieder dieser Strand-Buggy. Sehr schön. Einsteigen. Jetzt erst mal ab zur Medusa. Oh, oh, oh. Vorsicht. Oh, oh mein Gott nochmal. Vorsichtig. 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 Was ist hier los? Äh. Wo komm ich denn hier? Ich muss genau hier lang. Idiot. Oh, Vorsicht. Oh, da vorne ist schon einer. Das heißt, aussteigen. Der ist aber ganz alleine, so wie es aussieht, oder? Oder? Ja, ich glaub, der ist alleine. Ihr müsst es vor Piraten nur so wimmeln. Ich such mir einen Aussichtspunkt. Wo muss ich... Wo haben wir den? Ja, das hat keiner gesehen, oder? Nein, natürlich nicht. Was ist denn hier los? Hm, okay. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. So sieht's aus. Schleichen wir uns hier oben vorbei. Na, haben wir noch jemanden? So wie es aussieht, nicht. Das ist hier oben. Auch nicht so wie es aussieht. Da hinten haben wir... Zwei Stück. Okay. So, machen wir mal... Langsam da ran. So, alles gut, alles gut. Treib' ich ne von hier? Na, lass mich hier hoch. Äh... 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 So... Haben wir sie doch gleich alle weg. Äh... 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 Das war gut. Ach, die, die... Gib mir die Waffe wieder. Glaub' nochmal. Mal. Mhm, mhm, mhm... Mhm, mhm... Einmal nachladen. So. gleiche plündern perfekt ist da hinten einer da ist aber einer da ist auch noch einer ist alles in ordnung so perfekt perfekt hätte schlechter laufen können hätte eindeutig schlechter laufen können mein gott wie viele kisten sind denn hier das ist der wahnsinn der erst mal plündert hier jetzt zum funkgerät nein ist keine zeit fürs funkgerät erst mal plündern hier haben wir noch irgendwo eine ist hier oben sieht ganz so aus da da noch eine vorsicht na wo ist sie denn ist die wieder unten oder was ist ja gar nicht keine ahnung zur nächsten plündern auch plündern alles geplündert was nicht nid und nagel fest ist selbst schuld wenn sie die kisten so offen stehen lassen tja selber schuld nächste auch noch eine Warte, lass mich mal hier hoch Da vorne haben wir noch eine Irgendwo Okay Hier haben wir noch eine, ist sie hier unten oder ist sie oben? Die ist oben, so wie es aussieht Ganz hinten haben wir noch eine, die holen wir uns noch Perfekt Wo ist die? Ist die unten? Ach, ist mir auch egal Eine Kiste mehr oder weniger, kommt es auch nicht drauf an Hier müsste noch irgendwo eine sein Seilrutsche Achso, okay So wie es aussieht, ist die Nein, da will ich noch nicht rein Ah, da haben wir eine Optimal So Jetzt würde ich sagen Mache ich hier erstmal Feierabend Und dann sehen wir uns im nächsten Part Also mach's gut Ciao Ciao